Die neue Miss Universe kommt aus Nicaragua. Shanice Palacios wurde bei der Miss Universe Wahl der Höhepunkt des jährlichen Schönheitswettbewerbs, der am Samstagabend in El Salvadors Hauptstadt San Salvador stattfand, zur Miss Universe 2023 gekrönt. Den zweiten Platz belegte Antonia Polsild aus Thailand. Bei der diesjährigen Wahl traten 84 Delegierte an, Österreich war nicht mit am Start.